Mein Name ist Nico Favalle, ich bin der Lehrer als Automobilfachmaier im dritten Lehrjahr und arbeite bei der EMIE Freie AG Schaffhausen. Man macht Service in diesem Lehrberuf. Es geht eigentlich von A von Service bis Z zu Getrieben, also alles was mechanisch zu ist. Im kleinen Teil ist es dann auch noch elektrisch. Das Coole ist, Auto zu arbeiten. Man lernt eigentlich die ganze Materie kennen, wie sich ein Auto dort bewegt, wie man, sagen wir mal, in den ersten Gang einschaltet, was da passiert, auch so wie der Motor arbeitet. Eigentlich wirklich alles was man als Autofahrer jetzt, wenn man nichts von der Materie versteht, eigentlich nicht sieht. Neugierden braucht man für den Beruf. Man braucht auch handwerkliche Begabung. Auch ein kleines Vorwissen muss man schon mitbringen. Es ist auch noch körperliche Arbeit, also man ist wirklich acht Stunden auf den Beinen, Minimum. Wenn das einem gefällt, dann ist man eigentlich genau richtig in dem Volk. Also in der EMIE Freie ist man wirklich, da wird an einem geschaut. Auch die Mitarbeiter sind sehr freundlich und hilfsbereit. Ja, also wirklich stimmt auch vom Team her stimmt halt wirklich alles. Das ist wirklich super.